Wieder geschlafen und hat den Israeli durch die Reihen tanzen lassen. Und jetzt bildet sich hier eine violette Menschentraube vor dem Auswärtssektor. Auch die Aufwärmspieler sind hier mit dabei. Und im Moment, was für ein einsames Bild auf dem Rasen. Martin, da stehen nur 10 Salzburger. Alle anderen sind draußen zum Feiern. Und das sind die Gäste. Denn die Austria führt jetzt mit 3 zu 2. Vier Minuten vor dem Ende. Ja, und ich habe gerade ein Déjà-vu erlebt. Ist dasselbe Ereignis gab es vor 2, nein, vor 3 Wochen. Beim letzten Heimspiel der Salzburger in der Bundesliga. Auch da stand es 2 zu 2 gegen Sturm Graz. Und kurz vor dem Ende haben die Grazer das 3 zu 2 erzielt. Auch vor dem selben Tor. Und auch da sind alle vor die Auswärtsfans gelaufen. Und auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.